Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Cain. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifel los haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das heißt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind in Wagen verfallen, dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen sind. Diverse gewalttätige Aufbereitung und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Wallend hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Explosive. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell.